Da fahren alle hin. 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 Okay. 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 Aber es gab auch Beleidungen. Seaman Donald Stratton war auf New Game Boy in Arizona. Er war einer der wenigen Menschen, die von der Nähe von der Nähe des Explosions überlebt. Ich wusste nicht, was es war. Aber es schickte einfach, wie es war. Wenn man da vorkommt, wenn man den Rissen kommt. Das ist ein guter Freund.